Ich brauche deine Hilfe, um diesen Teniente zu finden. Unser Soldatenfreund sagt, er wäre auf der Privatinsel von Napoleon el Pequeño. Also werden wir beiden mit dem Boot von einem Anleger in Siniestra nach Cayo Villarreal fahren. Wenn wir diesen Sinigao umlegen, bricht die ganze Operation von José zusammen. Aber das bleibt unter uns, ja? Papa hat schon genug um die Ohren. Wir sehen uns am Boot. Nochmal, na los! Sieht aus, als würde da gekämpft. Kommt, seht euch, lasst Peleos de Gaios an. So wurdet ihr noch nie unterhalten. Oh, scheiße. Die Garen sind fast wieder alle. Perfekt. Kommt, Cayo Roberto. Ich muss den Tenen liegen schlafen. Da meine Damen. Kommt, Cayo Roberto. Das war's für heute. 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 Wir gehen ein großes Risiko ein, Fein Teniente. Wenn du was auszusetzen hast, kannst du schwimmen. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ich sagen will, ist, dass der Tag, an dem Carlos Montero Hilfe kriegt, der Tag ist, an dem die Hölle zufriert. Alter. Ihr Monteros seid stur. Ich nicht. Nur Papa. Das war's für heute. Ja, klar. Als Maun. Scheiß Tabak. Er sollte unsere Leute reich machen. Das hat Anton zumindest behauptet. See. Deshalb wurde er gewählt. Ja. Von uns haben auch viele für ihn gestimmt. Wir haben an seine Versprechen geglaubt. Wir dachten, es wird wieder so wie damals. Wie eine Fantasiewelt. Wir lagen so verdammt falsch. Wenn wir etwas verändern wollen, muss uns jemand in Form bringen. Uns zusammenbringen. Und das ist sicher nicht Papa. Carlos hat also keinen Plan? Sein Plan ist folgender. Sag bloß niemandem, was du fühlst. Niemals. Traue niemandem, schon gar nicht deiner Tochter. Reagiere einfach auf das, was Napoleon, el pequeño, dir entgegenwirft. Er ist so altmodisch. Erinnert mich an meinen Direktor aus dem Waisenhaus. Streng. Hart wie Stein. Aber wenn er dich mochte, dann hattest du einen Freund fürs Leben. Das wird uns noch alle umbringen. Wir können nicht immer nur auf José reagieren. Das funktioniert ja nicht. Wir brauchen was Neues. Flexibleres. Wir müssen diesem Mijo de puta immer einen Schritt voraus sein, bis er tot ist. Sehe ich auch so. Gute Antwort, Dani. Wälder. Rauchst du Mexikanische? Der Tabak hier draußen wurde wie virofiziert. Wir können nicht mal unser eigenes Kraut rauchen. Come mierdas. Scheiße, que paso? José Vixa Castillo. Antons beschissener Neffe. Lo veo y no lo creo. Was macht er? Er redet mit dem Teniente, nachdem wir suchen. Er wirkt mehr wie ein Wissenschaftler. Schalten wir José aus. No, no. Su name Teniente. Was geht da vor? Scheiße. Hey, da drüben. Ich muss wissen, wo dieser Wissenschaftler hin will. Lass uns nach Informationen suchen. Na los, vielleicht hilft uns ein Freund beim Hubschrauber Landeplatz. Der Sani rettet euch auch nicht. Ich weiß, wir werden noch weit kommen. Ich hatte wohl nicht von meinen Jörgen, wo wir gehört. Ich hab ihn. Wie haben wir ersetzt? Wir wurden hier schon zu müde. Ich bin jetzt nie wieder von ihm gehört. Ich bin ein guter Job-Affäre. Oh, Scheiße. Ich hab einer Frau gerade gesagt, zu deinem Haus kaufen. Ich kann mich schon noch nicht. Ich muss nicht mehr viel davon haben. Ah, noch mal. Ah, noch mal. Adios. Ah, noch mal. Ah, noch mal. Ah, noch mal. Ich bin zu doğru. Ah, noch mal. Oh, mein Sack. 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 Oh, mein Sack.